Und damit hallo und herzlich willkommen zu Life is Strange Episode 4 Dark Room. Wir sprechen über deine Supercarat. Was machst du hier, Max? Stop! Nicht nach mir. Nicht jetzt. Das wird nicht funktionieren. Ich weiß, dass das nicht pläst oder in uns ist. Frau Koffi, bitte, erzähl uns alles. Hey, Stell and Louise. Das ist Rachel's Bracelet. Warum bist du mit einem Bracelet? Calm dich selbst. Mach es wieder. Max, wir müssen zu finden, Rachel zu finden. Wie gesagt, es ist Zeit, zu starten zu suchen. Willkommen in Life is Strange. Wir schauen uns, was wir wollen. Max, wir können diese Faltungen anschauen. Rachel. Dark Room? Over and Over. Das ist es. Aber auf jeden Fall. Wir hören uns. Ich habe Bilder von Rachel und Frank. Ich bin mehr als Freund. Ich kann's glauben, dass sie ein Bracelet ist. Ich kann's glauben, dass sie eine Bracelet ist. Rachel schief mir auf meine Gesichter. Warum hat sie nichts gesagt? Also, wer du am Bracelet zu tun? Mein Vater natürlich. Hallo? Hallo? None of you. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome! Hallo, are you even with me, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max, call me. Hold on. Chloe, you have a visitor. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spieler Entscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle Weise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dr. Damien Lokalverschändisch 覺en Schmuck Dr. Damien und stehe Du bist Träfn Dir Kun Musik Oh shit Episode 4 Dark Room Was ist wohl hier passiert? Warum die Sache mit den Wahlen? Sind sie dem Licht gefolgt? Also mir? Oder dem unsichtbaren Reh? Wir wissen es nicht Wir wissen nur, dass wir jetzt mit sinnlosen Kommentaren diese Zeit überbrücken müssen in der die Musik ausgeschaltet ist Es gesprochen wird Ich bin glücklich, dass wir uns sind Es war schön, dass du mir echte Letzter senden. Das ist mehr als meine andere Freunde gemacht hat. Und du hast sogar geschrieben auf dem coolen Parchment-Papier. Das ist so, Max. So pretentious Aber ich liebe es zu schreiben, wie ein Englisch-Poeter. Du schaffst das beste Stationerie. Das ist wahrscheinlich einfacher zu schreiben, als ich mich zu befinden. Ich meine das nicht in einer witziger Art. Nicht total. Du hast wahrscheinlich versucht, zu vermeiden wenige Gespräche wie diese. Uh... Pretty much, yeah. Aber das Schlimmste, was du kannst, ist mich als Baby behandeln. Ich will trotzdem rüchtern und reden mit meinem Lieben. Kannst du uns aufhören? Das ist wirklich das beste Bild der Sonne. Was haben Fotografier's? Die Golden Hour. See? Without you hier, ich hätte keine Ahnung. Bet du kannst du ein paar fantastische Bilder nehmen. Das Beeched Whales sind so schade. Ich weiß nicht, wie sie fühlen. At least, ich bin hier hier mit dir. Du bist ein realer Survivor, Chloe. Ich weiß, du musst so viel mit dir zu tun. Ich will nicht jemand anderes fühlen, mich. Ich kann das tun. Along mit meinen Eltern. Mein Vater fühlt sich immer nicht schuld, um mir das Auto zu kaufen. Nein, ich will da hin. Wieso? Ah, jetzt. Ist es okay, über das Erste zu sprechen? Wir haben es nie eigentlich nie. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ein Prick in einem SUV hat mich ausgeliefert, als ich in den Abfall fliege. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen, in bullet time. Ich habe mein Brick gespürt. Und das war das letzte Mal, ich habe in meinem Körper gesehen. Wenn ich in der Krankenkasse in der Krankenkasse in der Krankenkasse in der Krankenkasse in der Krankenkasse, ich, in der Klasse, nicht mehr so ein Muskel. Jesus. Ich weiß nicht, was ich sagen. Ich sage nichts. Ich bin nur glücklich, dass ich wieder zu sehen. Ich habe wieder zu sehen, dass ich wieder zu sehen. Ich könnte, dass ich wieder zu sehen, aus dem Blüten, wie die Frau von Blackwell von Blackwell war. Was ist die Frau? Ich weiß nicht, die Name. Ich habe nur über die Nachrichten gehört. Ich fühle mich für die Familie. Das ist so ein ganzes Welt, als wenn wir Kinder waren, nicht wahr? Nach dem Schnee und Eclipsen, ist es eher wie das Ende des Welt. Ich weiß nicht, wie die Frau von Blackwell ist. Ich weiß nicht, dass ich dich nicht mehr so schaufe. Ich weiß nicht, wie die KD-Base ist. Ich weiß nicht, wie die KD-Base ist. Ich weiß nicht, dass die KD-Base auskontrolle sind, aber... ... als wir zusammen sind, ich nicht Angst bin. Ich fühle mich mit dir zu sehen. Ich fühle mich wieder zu sehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Chloe. Ich bin sorry, dass ich nicht mehr zu sehen. Das war falsch. Du bist mein Lieber Freund. Max, danke für mich zu kommen. Du bist großartig. Ich glaube nicht so. Meine Nose fühlt sich so cold. Vielleicht sollten wir nach meinem Platz zurückkommen? Es ist hella cold hier. Hella? Ich liebe diesen Worten, keine Entschuldigung. None taken. Mach doch wenigstens noch ein Foto von den Walen. So, the best photography of episode 4. Nicht? Verdammt. Oh, das ist eine ziemlich high-tech Lair. Es fühlt sich wie eine high-tech Celle. Aber ich bin glücklich. Meine Eltern müssen mich übernehmen. Ich weiß, es ist schwer für sie. Sie sind dankbar, dass du hier mit ihnen mit ihnen bist. Genau. Especially wenn sie nicht sogar einen Weg gehen können. Manchmal bin ich wie ein totaler Teenage Brat, um sie einen Entschuldigung zu sagen. Pathetisch. Ich weiß. Chloe. Du bist eine großartige Frau. Du bist kind und sensibel. Wenn sie nicht mehr sein müssen. Trust mich. Ich habe immer meine Rage auf. Especially wenn eine nurse muss, wenn ich eine Dumpfeilung habe, so sie kann meine Bumme machen. Oder wenn doctors mich auf mich wie ich war, wie ich war ein Science Doll. Ich kann sogar nicht vorstellen. Aber du bist immer fantastisch. Du bist immer seitdem wir waren. Danke nochmal für mich, Max. Ich... Ich muss meine dringung an. Kann ich mir ein bisschen Wasser? Okay. Ähm... Wasser. Becher. Becher ist immer gut. Ach, da ist Wasser. Okay. Drink up Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates. Running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. Yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses. I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max... The accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Chloe... You're priceless. Uh... No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? Uh... I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Chris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Okay, ähm... Wir schauen uns aber trotzdem mal ein wenig um hier. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Nothing but medical supplies. Thanks. I, uh, think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. There's the old Chloe. Hm. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but... It would be fun. Okay. Whoa. Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. That is so incredible. And she can browse cat-radios on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. Okay. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt, ähm, den Film finden. Hm? I still can't believe I put Chloe in that chair. Ja, was soll man dazu sagen? Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, was so gut ist. Okay, DVD haben wir schon mal. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Gucken wir hier in der Schublade auch nochmal. Oh my God. I made that mix for her when we were 12. Piraten an die Macht. Piraten an die Macht. Okay, mehr steht nicht drauf. Ähm. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. Okay, ich schaue hier nochmal eben ein bisschen durch, bevor ich die DVD anlege. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. At least, Chloe doesn't weigh that much. Ach, das ist ein Heber. Ach so. Wow, sir. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Wow, durchgehend 1. Ach so, da sind die Buchstaben A, genau. Let's see. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Blackwell Academy, 8. August 2011. Sehr geehrter Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihnen zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich ihres Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz darauf, dass Schüler mit Behinderungen vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus und Schulgebäude vor 2077 errichtet und sind noch nicht den modernen Renovierungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Tochter und ihres bedauernswertes Zustandes nötig sind. Unglücklicherweise machen die Jüngsten und Beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spender erforderlich, um die Blackwell Academy auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H.West Miskatonic Institut in Bolten als passendere und bereichendere schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderungen und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihr in vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Wells. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Da können wir noch gucken. Eine Wärmelampe, okay. Meine ist ungefähr genauso groß, aber... Also von der Wärme her, aber steht halt auf dem kleinen Fuß. Also so gesehen ist es kleiner. Genau. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020